Da ist sie dahinten. Irgendwie macht ihr Spaß mit der Waffe. Stamm. Die haut so richtig viel rein. Schon irgendwie. Ja die starken Waffen da dir. Die schlagen langsamer als die leichten. Aber trotzdem. Das hat so einen gewissen Charme da wenn man so 400 damage macht mit einem Hit. Das schon. Man ich muss Banner noch holen. Das holen wir dann. Nein das braucht es nicht bei mir mit holen. Kann ich schnell rein rennen und durch rennen. Hätte man ja gerade mitmachen müssen. Ich wusste doch wir haben was vergessen. Ja aber daran habe ich gerade auch nicht mehr gedacht. Also ich kann einen Level abmachen. Ich brauche ein bisschen mehr Zauber. Dann hol du dir schnell Spanner und so. Ich gehe da mal aufs Flug. Ich gehe da mal aufs Flug. Ich gehe schon aufs Flug. Dann mach das. Ich gehe da mal aufs Flug. Ich gebe dir was sie haben zu ihren Händen. Was sind Sie? 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 Sie müssen Sie? Ich finde, das ist ja möglich. Herr Wittler ist dieuct. Es steckt mich dann für alles. Du bist vehement Senabo. Il QUEEN So, und hast du es geschafft? Ja, ich hole mir jetzt noch schnell den Händler. Ja, mach das. Und dann vergesst nicht, um einen Baum zu gucken. Ja, muss ich auch noch machen. Aber das kannst du nicht da ansehen, bin ich da. Das war nur ein Gespame. Das kannst du halt einfach nicht. Das war typisch Bloodborne, finde ich. So wie man bei Bloodborne spielt. Und mittlerweile auch die bei Dark Souls. Das ist schon nicht schade, Kind. Wo ist das? Oh No, you cannot below not the and please I'll be sure what you say very well. I am good to you Oh Diesmal müssen wir die Quasht-Reihe schaffen. Ja So abkacken die letztes mal ja Letzten mal hat man seine geblickt mit dem ja das auch Da ist vielleicht blöd, dass man verkackt am Winterkwisch letztes mal. Ja schon. Aber kann immer wieder mal passieren. Ja schon Ja schon Da kann man nur so halt bis Mach ja den nicht natürlich Also den muss ich auch noch mal machen Ja schon Zu welchem bonfire Welches ist so schnellere Das ist wieder so eine Sache Bleibt sie an sich wurscht Das ist es Sag mal den oberen Den ersten Ja den ersten. Machen wir den beim ersten Da kann man mehr Enemies umgehen Da kann man mehr Enemies umgehen Das schon Ich glaube der ist dick schneller Ja Das glaube ich auch wegen dem Fahrstuhl und so Da ist auch weniger Enemies um die Kämpfe Wenn man weiß wie Ja Hast du sie unten Nur nicht ich reiß grad hin Und mit Passwort Wo sie dann reingehen Nicht dass du sie die ganze Zeit vergisst Aber das hat nicht lange gedauert Bis wir jetzt das erste Mal invaded worden sind Nö Das muss ich sagen Ich glaube das wird uns häufiger passiert Hm? Das schon Hat jemand den gefallen getan Das ist es Das stimmt Ich muss jetzt auch noch way of blue werden Damit irgendeiner kommen kann Das stimmt Das stimmt Wolltest du mich auch? Nee ich bin Ich finde es noch nicht Und dann werde ich auch noch invaded Wie du findest es nicht Es taucht nicht auf Ich hab Passwort drinnen Jetzt ist es da Du bist invaded sagst du Ja ich bin aufgestanden Bis jetzt kam halt noch nichts Dann halte ich erst mal raus Dann halte ich erst mal raus Sammy X 1 2 3 Ich bin schon Ich bin schon weg Ich bin schon oben Von wo kommt er Von wo kommt er Unten Ist super gepackt Ich bin schon 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 Ach bleib hier oben Da wechsle ich jetzt mal schön die Waffe Da wechsle ich jetzt mal schön die Waffe Der spammt das denn Weil der die Danzer Der ist auch die Danzer scheiße Ja der spammt Komm schon Blumen mach was 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 Oh da holt der Flo den Bogen raus Komm schon Okay Let's see the true iron wie von den dinger habe ich überhaupt einen die blühe die blühe die blühe der downspammer brace the sun hatte ich halt dich da bräuchten wir auch mana dazu braucht ja wie viel schon aber irgendwie magische dances ordnet weil die stanzersort ist auch wieder so eine spammwaffe das kann aber nicht stanzersort gewesen sein ich kann es nicht passen das kann auch ohne andere das war ein anderes der kann aber auf uns ja da bin ich vorbei was für ein Overkill ich hab den in seine Hosen gestohlen hat's da jemand nur den Swordmaster der hat ihn aber schön abgelenkt warte vor dir ist gerade was aufgetaucht oh nein der Seelen will ja das ist mir auch jetzt schon wieder hier zu kacken das hebe ich jetzt nicht auf bleibt da liegen bleibt da liegen bleibt da liegen ja ich hebe die kacke nicht auf mal schauen ob der sich auf geht sonst nur Leute oder der hat nur mal einen der erzählen will wie er wärmlich musste er sich vorkommen mit seinem Schwert das schon genauso der das schon wie mit den großen waffen er hat es aufgegeben wer denn der zweite ja ich habe nichts dagegen dass man boss alleine macht nur wenn die fähigkeit halt da ist zu kooppen dann soll man es auch ausnutzen und man sich für den seelen habe da dann ist ja nichts also geht mit den seelen das ist es und die freuen sich immer